We like, we like Ruhe und gleichzeitig total Action, weil ich liebe den Schwarzwald durch seine Topografie, ermöglicht er ja ganz viele Dinge, ne? Gleitschirmfliegen, Rennradfahren, Klettern gehen, Baden in den Badeseen, im Rhein sich den Rhein runtertreiben lassen. Also der Schwarzwald, meine Heimat, ist der Ort, in dem andere Leute Urlaub machen. Da lebe ich und das schätze ich sehr. Bin ich sehr dankbar dafür.